Daniela Katzenberger steht seit Jahren in der Öffentlichkeit. Obwohl die TV-Blondine als super beliebt gilt, hat sie längst nicht nur Fans, im Gegenteil. Daniela Katzenberger, warum, warum sind die Leute so? Daniela Katzenberger, 37, blickt auf eine Karriere, von der so manch einer wohl träumt. Die TV-Blondine kämpfte sich in den letzten zehn Jahren vom Normalo zu einem der bekanntesten und erfolgreichsten TV-Gesichter Deutschlands. Neben ihrer Fernsehkarriere ist die Katze aber auch bei Instagram extrem beliebt. Knapp 2,2 Millionen Follower verfolgen das Leben. Von Lukas Cordalis, 56. Ehefrau täglich. Doch natürlich hat auch die 37-Jährige nicht nur Fans, im Gegenteil. Ebenfalls interessant. Lukas Cordalis. Es reicht. Krasse Enthüllung von Daniela Katzenberger. Hassnachrichten treffen die Blondine schwer. Immer wieder mal muss sich auch Daniela Katzenberger Kritik bis hin zu Beleidigungen und heftigen Hassnachrichten in den sozialen Netzwerken gefallen lassen. Gegenüber RTL verriet die Blondine ganz offen, wie krass diese Nachrichten teilweise sind und wie es ihr damit ergeht. Die schlimmste Nachricht, die ich je bekommen habe, war, wenn ich so fett wäre, wie du, würde ich mich umbringen. Das war so, wo ich dachte, krass, die Leute schrecken vor nichts zurück. Dabei gab Dani zu, dass sie so extreme Nachrichten auch nach Jahren in der Öffentlichkeit immer noch sehr treffen würden. Die denken, weil ich Daniela Katzenberger bin, dass ich das nicht fühle. Dass mir das scheißegal ist. Das kann einem gar nicht scheißegal sein. Klammer Punkt 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 Klammer. Das beschäftigt mich. Und ich hasse das. Ich wünschte, ich wäre da anders oder könnte damit anders umgehen. Aber ich hasse das, wenn ich solche Kommentare mit ins Bett nehme. Wenn ich abends im Bett liege und denke. Warum, warum sind die Leute so? So die traurige Offenbarung der 37-Jährigen. Um sich selbst vor solchen Attacken zu schützen, hat die Katze eine drastische Entscheidung getroffen. Sie hat die Kommentarfunktion für ihre Posts vorerst deaktiviert. Ihre klare Botschaft an die Verfasser solcher Hassnachrichten. Ich würde meinen Hatern am liebsten sagen, dein Hass macht dich auch nicht schöner. Ich hasse niemanden. Mir geht es gut. Ich glaube, dass Hass auch echt krank macht.